so willkommen zurück zur nächsten folge es geht weiter mit ryan sand mit der nächsten mission da machen wir gleich mal schnell reise sehen und gucken mal was genau wieder machen müssen ich glaube wir müssen seine frau zum arzt bringen zur entbindung wenn ich das richtig in erinnerung habe auch dann gucken wir mal so ja das jetzt schild da oben ist übrigens wenn ihr es das erste mal spielt oder je nachdem ist auch eine herausforderung das könnte auch mit dem flugzeug zerstören oder mit dem heli oder konzerfaust je nachdem das gibt auch noch mal points gut wir steigen ein das ist nicht die mission die ich meinte aber wir haben den luftkampf ok ja dann kümmern wir uns doch mal darum so nummer eins da muss man einmal von hinten dran ist so ein fahrzeug ich probiere sollten wir jetzt aber auch viel oh 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 nein alter schwede da hat gerade mein spiel geladen aber böse falle bei sowas aber janz böse okay klasse wer weiß wo sie den tankwagen geparkt hätten aber darüber müssen wir uns jetzt keine sorgen mehr machen weiter so drei ziele haben wir da vorne noch ja das war aber gerade mit knapp geschichte nach heilere witz da habe ich doch mit dem kufen schon fast den boden berührt oder habe ich schon ich weiß nicht oh junge so das fliegen wir mal ein bisschen seitlich an das liegt hinter dem berg kam ich hoffe dass ich so dann die straße erwische oft unterwegs sind ja ich glaube es sieht gut aus so 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 Oh, heilige Scheiße. Oh, heilige Scheiße. Ja, manchmal muss man auch einfach mehr Glück als Verstand haben, heilige Scheiße. Oh. Okay, und manchmal sollte man auch etwas mehr Verstand als Glück haben. Und nicht nur das Ziel im Auge haben, sondern auch die Umgebung. Ja, kann passieren. Oh Mann, ich hoffe es ist wenigstens abgeschlossen. Ah, okay, zerstöre die Helis. Gut, ist abgeschlossen. Hat er noch gewertet. Ach, Gott sei Dank, ein Problem weniger. Ja, dann schnappen wir uns die beiden Helis noch. Doch das ist eigentlich auch das kleinste Problem mit. Die kriegen wir auch ganz gut weg. Äh, ich werde mir dafür aber trotzdem mal einen Wingman holen. Und zwar... So, die beiden, dann geht es nochmal schneller. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich es nicht kann. Hat jetzt einfach nur damit zu tun. Das war in der Folge... Das auch wirklich noch ganz safe, problemlos zu Ende schaffen. Schlождen wir gut hin, bis zu Ende. Wo ist250? Musik Damit wir uns leer, wenn wir zum Einstichworten klareisieren, dass wir alle hier, der, der, dass wir das hier frei machen, nachher ist. sowas oder sich aus der Näheizung und zu Ende. clan ja noch nicht immer wieder wieder zu Ende. Bellen wir dasen? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jawohl, der ist im Trudeln, den haben wir Oh, der zweite ist auch schon weg, ne? Ja, da haben wir noch einen Ah, ne, dieser Diesen scheiß Flugzeug, ja Das ist echt Ein bisschen tricky Da ist immer ganz gut, wenn man einen Gefährten mit bei hat Weil Der ist auch imstande Und rammt einen Ja, da ist er auch abgesprungen Mit Fallschirm Und, hab ich ihn erwischt? Ich glaub, ich hab ihn erwischt Oh, Alter Ja, aber ich glaub, wir haben ihn erwischt Ich glaub, den hab ich noch Den Kopf rasiert Mit dem Propeller Hier haben wir noch mal ein Silo Das nehmen wir natürlich noch mal mit Wenn wir uns so geschenkt bekommen Einmal mit dem Propeller So, ich würde sagen, wir landen hier mal mit dem Vogel. So, und gucken mal, was war hier noch. Haben. Ja, Lamp of Godkirche, die hat man natürlich noch gar nicht. Hier haben wir schon jetzt zwei Missionen. Ich würde sagen, wir nehmen die mal und reißen da mal fix hin. Mal. Wir haben jetzt hier nicht mehr und reißen da mal und reißen da mal. Bist du mal, wenn ich nicht mehr und reißen? Also, wo habe ich markiert? Ist die Markierung noch da? Nein, achso. Okay, ja, dann schlitzen wir mal in die Kirche. Ich brauche wieder deine Hilfe. Die Leute von der Woodson Farm haben mir von einem Überläufer erzählt. Er hat Zuflucht beim Widerstand im Silver Lake Trailer Park gefunden, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Niemand weiß, wann der Herr die Last der Verwundeten von meinen Schultern nimmt. Geh zum Silver Lake Trailer Park und sieh nach, ob der junge Mann wohl auf ist. Wir müssen verzeihen können, sonst sind wir kein Deut besser als die Sekte. Ja, dann machen wir das doch gleich. Wir nehmen das mal an, wir knacken hier nochmal das Schloss und nehmen den Safe nochmal mit. So, perfekt. Mal gerade gucken, ob wir da schnell hinreisen können. Dass wir das Ding in dieser Folge noch schaffen. Weil ich glaube, mit Auto wäre jetzt... Ja, das wird bis Ende der Folge dauern. Also, habe ich irgendwo einen Schnellweiserpunkt? Ja, nee, ja, hier. Dann machen wir das doch mal gerade. Aber da war... Vielen Dank. Wir kleben da ein paar Peggy Klabusterbeeren am Arsch, Schätzchen. Ja, Schätzchen, dann hol sie doch runter. Du kleine Koryphäe. Obacht, Deputy. Ich habe gerade gehört, dass der Trailerpark von Kultisten umstellt ist. Sie glauben, dass wir den Überläufer entführt haben und werden alles tun, um ihn zu befreien. Unsere Leute sind umzingelt. Du musst eingreifen, schnell. Naja, das Problem ist, ich sehe unsere Leute gerade nichtmals. Werf doch nicht mit diesen komischen Granaten. Die sind nicht gut. Ja, ich glaube, wir machen auf jeden Fall noch die Folge mit dem Alien. Also mit dem Alien-DLC, was dazu führt. Das zeigt nochmal, dann nochmal ganz klar, wie legal, na illegal ist ja eh nicht, aber wie in Ordnung es ist, wenn man diese DLC-Waffen nutzt. Das war etwas aufregender, als ich mir vorgestellt habe. So, ihn muss man jetzt mitnehmen, ne? Ne, doch noch nicht, er muss erst mal liegen bleiben, okay? Ja, ich brauche mir auch fast gar nichts machen mit der Luft in der Stützung. Das ist ja wirklich easy Sache. Das macht gut, Leute. Dieses Gefühl muss man einfach lieben. Hey, ich bin der Tod von oben. Noch einer für den Profänenstrang. Das kommt davon. Straße, die Straße, die sind drauf. Ich sehe was, was du nicht siehst. Unsere Flaggen verbrennende Sozialisten. Das war der Falsche. Sorry. Sorry, sorry, sorry. So, schnell raus. Es brennt hier drin. Hey, hey, hey. Heiß, heiß, heiß. Pass auf, schätzchen. Da kommt Ärger. Naja, passt du auch nicht auch von oben. Ja, Leute, passt schön auf mich auf. Rettet mir mal schön meine Kiste. Sprich, mein Arsch. Leute, jetzt haben wir meinen Arsch retten. Was macht ihr denn da? Ist das euer Ernst? Wo ist der denn? Siehst du die Arschlöcher da drüben? Ja, hinter. Sag dem Teufel, das ich dich geschickt habe. Das war's, was ich dem Teufel gleich sage. Junge, das glaubst du gar nicht. Das glaubst du gar nicht. Wenn du mir jetzt nicht den Arsch da frei hältst, Fräulein. Das geht ja mal gar nicht. Wirklich nicht. Ja, dann kümmere dich doch drumrum, Lady. Kümmer dich doch drumrum. Drumrum, ja, genau. Drumrum, genau. So, und dann legen wir den ganzen hier mal ab. Ach, Piaji. Ja, für ein Gebet habe ich nicht Zeit. Habe ich später, wenn ich tot bin, habe ich nicht Zeit für. So, und da haben wir schon mal das nächste Prepper-Versteck, Fräulein. Hier tanken wir nochmal Munition aus. All deine Taten schenken dem Widerstand, Hoffnung und Antrieb. Ich komme mit dem Zähl, kaum noch mehr zu viele Leute wollen uns bei unserem Kampf unterstützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir John Seed ausschalten und Hansen retten. Keine Sorge. Ja. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr da mit dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao. 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 Ciao.